Und herzlich willkommen zurück, euer Rubbelgeister, wir haben den Start zur Lucky Monday und wir gucken uns an, was wir so gewinnen. Wir haben drei wunderschöne Goldschlose, vielleicht schaffen wir ja die 25, wer weiß. Wir gucken mal, wir haben unsere Glücksmünze, nun denn, lasst uns das Rubbeln beginnen. Mit 300.000 fangen wir an, gehen mit der 10 weiter, mit der 1000, mit der 100. Noch eine 100, die 7, die 5 und die 1000. Leider nichts im Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 2, wir suchen immer noch drei gleiche Symbole. Wir fangen an mit einer 7, einer 5, einer weiteren 7, 30.000, einer 5, 30.000 und einer 1.000. Schade, Spiel Nummer 3, würde ich sagen. Die 10, die 7, die 7, die 25, die 25, die 10, die 1000 und die 100. Nein, immer noch nicht. Okay, Spiel Nummer 4, wir sind gespannt. Die 5, die 10, die 5, die 25. 300.000, die 5. Okay, also fangen wir mit einem Lucky Monday mit 5 Euro an. Immerhin 5 Euro, würde ich sagen. Immerhin 5 Euro. Spiel Nummer 1 im Losen Nummer 2, das ist wunderschön Goldloses, die 10, die 5, die 100, die 5 und die 5. Wir fangen mit 5 Euro an. Okay, das heißt ja noch nichts. Spiel Nummer 2, könnt ihr mit 10 Euro nachliegen. Man weiß es ja nicht. 25. Leider nicht. Spiel Nummer 3, 30.000, die 10, die 7, 25, die 1000, die 30.000, die 100 und nochmal die 1000. Leider nur 2 Mal. Schade. Spiel Nummer 4. In diesem wunderschönen Los. Wir hoffen natürlich, dass wir noch eine 5 bekommen, aber nicht in diesem Löschen. Schade. Unser letztes Los in diesem wunderschönen Lucky Monday. Das wird ein kurzer Lucky Monday. Es sind nur 3 Lose, aber wir haben immer noch 4 Spiele vor uns. Fangen mit 7 an. 25, der 5, der 50, der 100, der 5, der 25 und der 7. Leider nichts im Spiel Nummer 1. Spiel Nummer 2. 7, 1000, die 5, die 5, 50, 50, 7 und die 5. In Spiel Nummer 2 haben wir 5 Euro. Leider nicht die 50, schade. 50, die 10. Nochmal die 50. 5, 100, die 10 und nochmal die 100. Okay. Unsere letzte Chance, noch 10 Euro aus diesen loszuholen. 10, 10, 10, 50, die 10, 7, 30.000, 25. Leider nicht. Nun denn, das war's wieder mit Lucky Monday, euer Rumpelkaisersrausensack. Nicht vergessen, liken, teilen, abonnieren. Tü-tü-tü.